Hallo, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Gothik. Es geht weiter damit, dass ich erstmal wieder checke, wo ich überhaupt hin muss, weil ich das natürlich schon wieder vergessen habe. Ich weiß noch, dass ich zur dritten Mine muss, dass ihm die bisherigen Hinweise nicht gereicht haben. Oder? Questlog? Schürfe uns Erz. Äh, ja genau, die dritte Gruppe fehlt mir noch und ich wollte hier gucken, wo die letzte Gruppe ist, ohne in auch nur irgendeins dieser Zimmer zu rennen. Wenn ich das nämlich mache, bricht hier wieder die Hölle los und darauf habe ich keinen Bock. So, also hier nach unten zur Karte. Ach Quatsch, hat er mir nicht sogar eine Karte mitgegeben? War das nicht letztes Mal so, dass ich festgestellt habe, dass ich eine Karte habe? Garon's Mine-Karte, das ist doch bestimmt die richtige. Ah, und ich muss da hoch zu dem Kreuz, nach Nordwesten. Cool. Dann auf, was sagt die Erfahrungsleiste? Die Erfahrungsleiste sagt noch 2300, Pi mal Daumen. Komme ich hier irgendwo raus? Das wäre natürlich sehr easy. Ne, hier hinten durch das Tor müsste ich durch. Das wird wohl nichts. Gut, dann eben den großen Weg drumherum, vielleicht kann ich ein, zwei Orks noch mitnehmen und mir dann meinen Weg ins, in die dritte Mine-Bahn. Davon abgesehen gibt es aktuell nicht so viel zu erzählen aus meinem Privatleben, weil Privatkram Privatkram ist und ich erstmal wieder warm werden muss, bevor ich hier in die Vollen gehe. Erst nach links gucken, dann nach rechts gucken und dann geht es über die Straße. Schwärzchen klappt auch noch, das ist ja alles Wunderbärchen. So, wo ist der erste arme Sack? Ups, zu viel. Mit dem Elite-Org will ich mich auch nicht anlegen. Ah, was mache ich? Ich muss drumherum gehen, großzügig. Großzügig drumherum laufen. Pilze sollten noch okay sein. Das wird euch doch nicht stören, wenn ich hier ein paar Pilze sammle, oder Jungs? So. Vor Wasser haben sie ja eh Angst, das passt mir wunderbar. Ah, die Snapper. Die müsste ich eigentlich wegputzen. Aber kann ich das denn einzeln? Ja, na klar. So. Schön, auch wenn ich nicht weiß, warum er mich getroffen hat. Oh, was war Laden, was war Speichern? Fünfer Speichern, oder? Bitte? Ja. Cool. War ich hier schon? Oh Gott. Links, rechts, links, 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 rechts, links, 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 rechts, rechts, offen. Hat sich natürlich super gelohnt, den einen Dietrich dafür zu verballern. Na gut, was will man machen, ne? Was will man machen? Ich muss, glaube ich, in diese Richtung weiter. Den hier nehme ich auch noch mit und den anderen auch. Das sind nämlich leicht verdient, 360 Erfahrungspunkte. Dann gönne ich mir nochmal einen kurzen Blick auf die Karte, um sicher zu gehen, dass ich hier nicht in die völlig falsche Richtung laufe. Immer schön viel speichern. Ah, das ist auch noch so eine Tugend von alten Spielen. Ich spiele jetzt nebenbei auch gerade Final Fantasy VII durch. Ich habe neulich Final Fantasy IX durchgespielt. Immer fleißig speichern. Das macht einem das Leben sehr viel einfacher. Und vor allem bei so einen Spielen auch nicht immer auf dem gleichen Speicherstand speichern. Denn dann kann es so leicht passieren, dass man irgendwas übersehen hat. Dann ist der Ärger groß. Sollte ich hier runterspringen? Was haben wir denn da? Wir haben Wölfe, wir haben Krabbler. Man lebt nur einmal. Yolo! Oh, ne Höhle. Das ist ja spannend hier. Was ist jetzt? Leichte Lecks. Gucken, was da drin ist. Ah, das sind auf jeden Fall wieder Orks. Wenn ich mich nicht anlegen möchte. Was gibt's hier? Trollfell. Hm. Aquamarinen. Snapperkraut. Ganz exotische und verrückte Sachen. Zehn von zehn würde wieder in die Höhle gehen. Das Glück könnte ich den Ork da vielleicht alleine rausziehen. Schauen wir mal, ob das klappt. Ah, es sind zwei. Das wird doch wieder nichts. Das war so klar. Ah, nee. Nee, nee, nee. Das wird nichts. Und ich bin nicht bereit, jetzt schon wieder auf den Plus-Button zu drücken und den 114. Tod einzunehmen. Lasst mich in Ruhe. Na klasse, jetzt ist noch einer, aber das wird doch nichts. Ah, es wäre auch nichts geworden, weil da schon der andere kommt. Oh Gott, das will ich gerade sagen. Ich habe F5 gedrückt, aber ich hoffe, er hat es da jetzt nicht gespeichert. Das wäre ja saublöd. Puh. Puh. Gut, scheinbar kann ich nicht speichern, wenn ich tot bin. Was ich natürlich sehr praktisch finde. Das klingt nämlich geradezu nach... Ich bin tot, speichere ich mir mal. Oh nein, ich habe gespeichert. Nein. Ach, noch mehr Orks. Das nimmt kein Ende. Fahre ich überhaupt in die richtige Richtung? Lauf ich unten in die richtige Richtung? Hm, ja, da vorne rechts. Dann dreimal links abbiegen und dann bin ich da. Oh Gott, das will. Was ist denn das da für eine... ...verkloppte Gruppe? Einfach vorbeilaufen. Marathon. Alles nicht cool. Da sind auch Orks. Ich bin doch hier neulich schon lang gerannt, oder? Kommt mir das nur so vor? Das kommt mir alles gerade sehr bekannt vor. Jetzt hier abbiegen. Hm. Vielleicht auch nur Einbildung. Hey, hier war ich doch. War ich hier schon? Dann wäre hier kein Heilkraut mehr. Aber den Turm gucke ich mir auf jeden Fall an. Wenn ich schon mal hier bin... ...wäre ein Narr, ihn einfach zu ignorieren. Vor allem wenn es hier Rohstahl gibt. Bestimmt verschlossen die Truhe, wa? Ah, sehe ich doch schon. Nein, links hat immer Glück gebracht. Okay. Rechts, rechts. Rechts, links. Links. Hat sich auch wieder gelohnt. Das ist wirklich die Dietriche. Man weiß ja nie, welche Truhe sich hier lohnt, welche sich nicht lohnt. Deswegen ist es immer ein Glücksspiel. Aber immer noch besser als Gamble mit CSGO-Chests. Die Fortress-Kisten. Nee, da habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Liegt auf jeden Fall eine Leiche. War ich da schon? Hm. Das kommt mir ja alles überhaupt nicht bekannt vor. Kann er hier runterlaufen? Dann komme ich natürlich wieder ein Stück weg von meinem eigentlichen Weg. Aber das ist bestimmt nicht so wild. So, was gibt es hier? Lagerfeuer, ohne dass jemand da wäre. Gut. Fleischwanze. Dass ich die immer noch nicht mit einem Schlag töte, ist so witzend. In die Richtung will ich jetzt eigentlich gar nicht groß weiterlaufen. Sondern eher mal hier oben hin. Da ist ja scheinbar irgendein Jäger, der sich da einquartiert hat. Mal schauen, was der zu meiner Anwesenheit sagt. Aber hier war ich doch schon, oder? Der jetzt kommt mir jetzt schon wieder bekannt vor. Hm. Was ist mit dir? Sträfling, da ist nichts zu holen. Ich war hier bestimmt schon, oder? Schwierig. Sehr schwierig. Sich an das zu erinnern, was hier schon vor ewigen Zeiten passiert ist. Genauso schwierig. Wasserflasche mit einer Hand öffnen. Aber es gibt ja die gute alte Beinschraube, in der man das Ding einfach einsetzt und dann klappt das schon. So. Oh, der kommt alleine. Diese Herausforderung stelle ich mich. Aha, weichei. Da ist nichts zu holen, sagst du. Ich sage, das war ganz schön viel. In Ordnung. Am besten, ich merke jetzt hier auch gleich noch die Blutfliegen aus, wenn die darauf Bock haben. Dann muss ich da nächstes Mal, wenn ich hier panisch lang renne, nicht so viel Rücksicht nehmen. Du bekommst auch noch ein kleiner, leicht verdienter Snack. Flügel mitnehmen, nicht umsonst die Lernpunkte ausgegeben haben für dieses schwachsinnige Jagdtalent. Vielleicht hat der Ork ja auch noch Bock, sich ganz alleine mit mir anzulegen. Schauen wir mal, was draus wird. Ja, er hat Bock. Das war auch easy oder hellen Trank, war natürlich geil. Den nehme ich gerne mit. Einen Trank. Geil. Ja, so ein einzelner Ork, ne? Der hat eben gegen einen Söldner wie mich nicht so viel zu erzählen. Das muss man schon dazu sagen. Ich bin schon ziemlich stark inzwischen. Das macht jahrelange Erfahrung, das Training. Ich glaube, ich habe inzwischen auch den 40. Spieltag, habe ich vorhin gesehen. Kurzer Blick auf die Karte. Okay, ich will nicht weiter da lang, ich will dem Weg folgen. Damit ich hier mal vorankomme. Ja, den 40. Spieltag habe ich schon. Das heißt, ich habe öfter gepennt, als es Folgen gibt. Was natürlich okay ist. Oh, es ist ein einzelner Ork da, mit einer Fleischwanze. Ist doch hier schon wieder der Anfang. Hier bin ich doch... Ne, ist nicht ein... Hier bin ich doch neulich lang gerannt. Dann war ich doch schon wieder hier auf dem Weg. So, hier dürfte jetzt eigentlich nicht mehr so viel sein, was mich überraschen kann. Oh Gott, wenn ich daran denke, wie spät ich festgestellt habe, dass es eine Karte gibt. Was will man machen, ne? Man lernt nicht aus. Ah, nee. Ich bin noch nicht stark genug, den Schamanen und den Ork anzugehen. Es macht kaum Unterschied eigentlich bei den Gegnern. Was die können, solange sie zu zweit sind, hat sich das schon fast erledigt. Komme ich hier lang? Nein, komme ich natürlich nicht lang. Ich muss durch den Wald hier. Aber aus Sicherheitsgründen gehe ich nicht über den Weg. Was ist hier? Blutfleck, okay. Ist da noch mehr? Nicht so aus, wa? Vermutlich war ich hier schon. Das kommt mir auch gerade nur wegen dem Regen nicht bekannt vor. Normalerweise würde ich mit meinem fotografischen Gedächtnis natürlich sofort wieder sagen, ach, gucke mal. Da war ich doch schon. Aber... Mir ist irgendwie so... War hier nicht so ein kleines Mini-Paladin-Lager in der Nähe? Ich glaube, das war er hier. Am Ende des Tunnels da. Jetzt muss ich mich auch mal heilen. Und zwar am ersten Mal mache ich mein Fleisch leer. Und zwar das Fleisch-Schwanzen-Fleisch. So, fast erledigt. Ja, ich glaube, das war dieses Lager im Paladin, wo ich schon mal so eine kleine Auseinandersetzung mit Orks hatte, die dann von den Paladinen erledigt wurden. Und ich konnte gerade noch so einabstauben, glaube ich. Ich glaube, das war hier. Gucken wir mal. Werde ich ja gleich feststellen, wenn ich jetzt zum Ende laufe. Nehmen wir da einen Drachensnapper. Eklige Mistviecher. Wie alles hier. Vielleicht zwei. Bleibt ruhig unter euch. Also nicht unter euch, aber bleibt ruhig eins in jeder für sich. Drei Hits wären's. Mehr halte ich nicht aus aktuell. Ich will ja auch nichts plündern. Ich will mich heilen. So, was gibt es denn hier? Die Fischsuppe wollte ich übrig lassen. Dann nehmen wir erst mal Dunkelpilze in der Hoffnung, dass irgendwann der Effekt eintritt, von dem Felix mal erzählt hat. Auch wenn ich inzwischen nicht mehr dran glaube. Ich glaube ja, dass er sich da einen Scherz mit mir gemacht hat. Auf meine Kosten. Aber man weiß ja nicht. Wenn der Felix sagt, dass Pilze gut sind, dann wird das schon irgendwie vermutlich hinkommen. Heilkraut und dazu noch ein bisschen Käse. Gleich 15. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Apfel, das klingt doch gut. Klingt saftig und frisch. Gute Info. Stand auch genauso in der Beschreibung. Mir wurde also nicht zu viel versprochen. Da ist ein Goblin, aber jetzt kümmere ich mich erst mal um ihn hier. So, gibt es noch was in der Höhle? Irgendwie nicht so aus, wa? Ist ja auch interessant, mal in der leeren Höhle. Oh, mein Rücken. Ich sitze in letzter Zeit auf dem Stuhl hier nicht ganz so premium, wie ich wahrscheinlich sitzen sollte. Ach, was soll's. Die Blutfliege hole ich mir noch. Das wird ein One-Hit. Mit Ankündigung. Erst nicht getroffen und dann auch noch nicht gestorben. Das ist so peinlich für mich. So peinlich. Das ist genau das Lager, von dem ich vorhin geredet hab. Stufe gestiegen. Geil. Heile ich mich nicht, wenn ich in die Stufe steige? War da nicht was? 8000 Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level. Heftig. Echt heftig. Heiltränke habe ich genug, um mal einen zu nehmen. Ja. Das ist mein Grund, wieder mal richtig zu speichern. Nicht bloß so ganz schnell hingeknackt. So. Ach, dann ist es... Ey, hör auf, sag bloß, es ist das Lager. Dann war ich ja schon hier. Wow. Hatte ich da schon den Auftrag? Wahrscheinlich, wa? Hätte ich ja mit den anderen Leuten geredet. Wo sind die anderen Leute? Wer ist denn hier noch? Da ist Old Maginus. Flügel als... Oh, 4 Paladine sind gestorben. Ich sehe überhaupt keine Arbeiter. Und wo ist die... Der Eingang zur Mine? Hier. Irgendwelche Viecher? Nee. Bloß die Arbeiter. Sträfling. Gut, damit wäre das geklärt. Hey, du. Wer hätte gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen würden. So wie es aussieht. Haben wir es wohl beide verstanden, am Leben zu bleiben? Und wie du siehst... Ja, ich würde sagen, von uns beiden habe ich es besser gemacht. Wie viel Erz habt ihr bereits gefördert? Ein paar Kisten, aber davon ist nichts mehr hier. Paladin Markus hat beschlossen, das Erz zur Burg zu bringen, weil wir dauernd den Angriffen der Orks... Tja, dann werde ich wohl Markus Leiche suchen müssen. Er hat nicht den direkten Weg genommen. Stattdessen wollte er den Fluss dort überqueren, wo er gefroren ist. Er wollte einen Bogen schlagen und sich der Burg von Westen her nähern. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Da, wo der Fluss gefroren ist. Okay, ich muss also durch das Eisgebiet da. Und dann den westlichen Weg näher. Das heißt, ich komme auch wieder an dem... Ziemlich direkt an dem Weg vorbei, den ich vorhin gesehen habe. Alles bekanntes Terrain, alles bekanntes Terrain. Dann mache ich mich mal auf die Suche nach dem Verschwundenen. Ist ja wirklich nicht viel. Trank und eine Spruchrolle. Mit der Truhe gebe ich mir jetzt erst gar keine Mühe. Das ahne ich doch schon, dass das wieder nichts Vernünftiges wird. Da ist wieder eins von diesen Biestern. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Hätte ich... konnte ich gerade noch rechtzeitig kommen. Schon wieder ein von diesen Biestern. Du Penner! Einfach weggenommen, aber komplett. Also ich dachte ja, so gut, er haut zu. Dann bleibt vielleicht noch ein paar HP übrig. Aber nee, hat er direkt einen kurzen Prozess gemacht. Das ist natürlich sehr ärgerlich für mich. Muss ein bisschen aufpassen hier. Auch wenn es mir natürlich cool wäre, wenn mir mal jemand helfen würde. Damit ich nicht immer so aufpassen müsste, dass die Viecher auch ja alle einzeln anlocke. Habe ich nichts davon, wenn ich dann keine Erfahrung dafür kriege. Na, wer interessiert sich für mich? Du! Das könnte auch der Anfang von unserer schlechten Versicherungswerbung sein. Und wer interessiert sich für mich? Wir tun das, Frau Meier. Wir sind immer für sie da. Wir sind immer für sie da. Manchmal reicht es schon, die Betonung zu ändern. Sind viele von den Werbungen auch großartiges Material für irgendwelche Horrorfilme? Wir versichern sie. Rund um die Uhr. Müsst sich nie wieder Gedanken machen. Nie wieder. Hahaha. Hanse Merkur. Ist Hanse Merkur eine Versicherung oder verwechsel ich das gerade? Bestimmt. Bestimmt. Die geben so viel Geld aus, damit die Werbung dafür sorgt, dass ich mir den Namen merken kann. Da wird es doch bestimmt so sein, dass es die gibt. Ach, ich finde auch, wenn wir schon dabei sind, diese neue McDonalds-Werbung so bescheuert. Hier teilt einfach alles. Sogar Chicken McNuggets. Weil die eine Packung ja sowieso nicht nur für eine Person reicht, ne? Naja. Also das Ding ist einfach, das springt so in die gleiche Schiene, was ich noch halbwegs vernünftig nachvollziehbar finde bei Lidl, Edeka und Rewe. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Boah, den kennen wir doch bestimmt, oder? Ach nee, Waffenknecht. Dann kann der andere ja nicht weit sein. Ähm. So ein bisschen, klar, Werbung soll immer emotional sein, aber diese emotionale Schiene anzuspringen, ich kann es wirklich nicht richtig in Worten fassen. Auf jeden Fall ist es für mich total unpassend, dass McDonalds den gleichen Teil macht, was auch an sich völlig okay ist. Aber ich finde, bis zu diesem Satz am Ende, ihr teilt alles sogar Chicken McNuggets, könnte das alles Mögliche sein. Also, hätte sowohl eine neue Apple-Werbung sein können, oh Gott, von der will ich jetzt gar nicht erst anfangen, komme ich aber gleich zu, äh, über Lidl-Werbung, oder eben McDonalds. Also, das war so richtig, so ein Prototyp für, wie mache ich so eine Werbung und am Ende nenne ich dann noch kurz mein Produkt, weil der Teil davon überhaupt nichts damit zu tun hat. Die Brücke hat geknarzt. Megageil. Hier war ich doch aber schon. Habe ich irgendwas übersehen? Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg nach Westen? Hm. Ja, die neue, was ist das, iPad-Werbung? Ganz verrückt, das iPad hat jetzt LTE. Also, ich meine, das Ding ist ja sowieso schon, vielleicht bin ich da noch anders vom Berührungspunkt her, aber wie lange haben denn iPads generell schon Internet über die SIM-Karte? Gut, ist natürlich toll, dass es jetzt LTE ist, klar. Aber LTE ist jetzt auch schon relativ alt aus meiner Sicht, finde ich. Also, es ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, das iPad hat LTE. Halt mich fest! Ein mobiles Gerät mit LTE! Mensch, du wirst ja verrückt! Ist leider nicht so. Ist leider nicht die großartige Neuigkeit, die es wahrscheinlich sein soll. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das wissen sie auch und versuchen dann die Werbung drumherum so witzig zu machen mit dem. Ich habe jetzt die gesehen, wo es irgendwie Geister gibt und die, wo die Dame ihre Hausaufgaben im Sportstudio macht und angebrüllt wird. Ja, finde ich nicht ganz so. Aber vermutlich könnte ich bis zum Ende dieser Spielzeit hier, solange wie Gothic noch geht, drüber reden, welche Werbung ich gut finde und welche mir nicht so zusagt. Deswegen lasse ich das lieber. Boah, was denn das für ein geiles Vieh! Der darf mir auf jeden Fall noch mal auf die Fresse hauen gleich. Das ist ja wohl gegeben. Einfach nur mal zu gucken, wie hart der Typ so drauf ist. Und außerdem fehlt mir immer noch jede Spur von Marco. Ich weiß zwar, wo er lang ist, aber ich werde die Quäste nicht abgeben können, wenn ich ihn nicht gefunden habe. So, heili, heili, heili. Wo habe ich denn noch was, was ich mir einverleiben kann? Fischsuppe wollte ich aufheben. Muss wohl das Heilkraut wieder her. Heilwurzel, Heilkraut. So, jetzt gönne ich mir einen ganz kurzen Moment, in dem ich nur rumstehe und diesen Schnee betrachte. Das ist nämlich eigentlich ein ziemlich cooler Effekt und schön. Hat was. Hat wirklich was. Finde ich cool. So, dann gucken wir mal, was es mit dem Biest da auf sich hat. Vielleicht, nachdem ich hier mal gecheckt habe, was es hier noch so gibt. Oh, sind das Banditen oder ist das vielleicht sogar Marco? Kann das sein? Nicht Marco. Ich mach dich fertig. das war's für dich, das war's für dich, das war's für dich, das ist natürlich gelogen. Ich habe es genau gesehen und dachte, ich bin cool genug, um den vorher noch umzuboxen, aber dem war wohl nicht so. Hm. Wie gehe ich damit um? Also das war schon mal nicht Marco, das ist schon mal eine ganz gute Nachricht. Das ist auch zu zweit. Das Trolle? Das Orks? Hä? Wie kommen die einzeln? Ach, das sind Echsenkrieger. Oh, nee. Nee, das will ich nicht. Wie ich da ausgewichen bin. Ja, ist richtig. Haut bloß ab. Ich würde mich jetzt mal dem Versuch, die Höhle leer zu machen. Vielleicht haben die ja auch Marco über... Marco? Markus? Marco? Hm. Den Paladin überfallen und seinen Loot da reingeschleppt. Habe ich keinen Bogen mehr? Ich habe keinen Bogen mehr ausgerüstet. Warum nicht? 20 Punkte Geschicklichkeit zu wenig. Ich habe ein paar Pfeile. Mal gucken, wann ich was treffe. 3, 4... Das waren schon mal 10 Treffer, die keine Treffer waren. Ach, der schützt durch die Pflanze, wollte ich sagen, aber dem ist nicht so. Ist der unendlich viele Pfeile? Oder hört das irgendwann auf? Ach, wirklich? Das war ganz witzig. Gut, dann heile ich mich erst mal. Hm. Was mache ich jetzt? Wie komme ich an ihn ran? Er hat aber auch kein Book irgendwie. Mal richtig mit mir anzulegen. Das ist natürlich jetzt eine beschissene Situation für mich. Oh, wirklich? Ach, Mann. Gut, ich meine, ich komme immerhin an den Baum ran. Ist schon mal wieder was dazugelernt. Aber das ist sehr frustrierend gewesen. Ich dachte, er kommt jetzt auf mich zu und ich kann mich kurz heilen. Egal, nicht rumheulen. Aus Fehlern lernen. Und fix weitermachen. Eingefroren? 180. Was hast du für einen Bogen? Ist leider zugeschickt für mich. Viele Pfeile. Das wäre mal interessant gewesen. Hat man auch wirklich dann alle Pfeile verballert und dann keiner mehr hat? Oder ob es einfach weitergeht? Okay. So, heili, heili, heil. Ich heil mich die ganze Zeit mit Heilkraut, aber hier habe ich ja noch Heilpflanzen. Verschwenderisch von mir. So, wie viele Banditen sitzen in der Höhle? Mindestens, oh, vier. jetzt bist du dran. Ach, kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. ob ich genug Zeit habe, um den Bogen auszurüsten. Okay. Was ist denn er für ein harter Kerl? Das kann ja alles nicht wahr sein. Ja, Penner, du bist ein Penner. Oh, Mann, das macht wenig Spaß. Aber ich glaube, da ist auch nicht drin gewesen, was ich suche. Das sieht nicht so aus. Wenn die da irgendwelche Kisten haben. Das ist schon mal scheiße. Gut, dann laufe ich jetzt weiter zurück. Es hieß ja auch, da wo der Fluss überquert hat, ist der Fluss gefroren. Dann ist das straight nach Westen. Also straight war nicht gesagt, aber das nehme ich jetzt einfach mal an, weil ich muss ja irgendwann noch ankommen. Ich kenne den Weg zwar schon, aber ich gehe einfach nochmal lang und hoffe, dass ich irgendwas übersehen habe auf meinem Weg bisher oder jetzt durch diese neuen Infos der Quest getriggert wird. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal nach. Hätte gedacht, dass ich hier irgendwo was finde. Muss da überqueren. Weiß nicht, war das jetzt eine doofe Idee? War das eine gute Idee, hier runter zu gleiten? Mal auf die Karte. Es ist auf jeden Fall der Weg. Dann gehe ich den jetzt auch lang. War ich doch auch schon mal. Geppert. Beides keine Infos, die mir weiterhelfen werden. Na gut. Dann nochmal zurück zu der Stelle, wo der Fluss gefroren ist. Nach da oben. Also zurück, dann gehe ich doch oben über den Pass lang. Die Leute finden, oh, wirklich. Die Leute zu finden ist nicht so einfach. Schauen, das Schlimmste ist ja auch, dass ich eben eigentlich denke, dass ich hier schon war. Warum finde ich da nicht? Auf der anderen Seite den Goblin habe ich noch nicht. Der war neu hier oben. Mal schauen. Ich gehe jetzt einfach hier weiter lang. Ich hätte ja gedacht, dass das hier vielleicht das Kaputte ist. Aber dann hätte auch die Leiche von dem Paladin irgendwo sein müssen. Und die habe ich noch nicht gefunden. Ging es hier hoch? Nicht so richtig, ja? Dann verschwende ich hier auch nicht weiter Zeit. Und dann gehe ich den Weg lang. Die Banditen da unten habe ich umgelegt. Ich wäre jetzt mal von woanders gekommen. Scheinbar ist er doch ein Stück weiter gekommen, als ich gedacht hätte. Schauen. Ob ich irgendwo noch einen Hinweis auf ihn finden werde. Da ist noch ein Sträfling tot. Bei einem Knorkenjäger nach oben lasse ich erstmal in Ruhe. Die waren, glaube ich, nichts damit zu tun. Der hatte noch was. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe ihn übersehen. Der hatte nichts mehr. Hier war ich ja schon. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Schauen wir uns mal hier hinten noch mit um in der Ecke. Ach, Quatsch. Hör auf. Halt! Im Namen Inos. Ich bin Marcos. Paladin des Königs. Sag, was du willst. Und sprich wahr. Bleib ruhig. Wir arbeiten für den gleichen Boss. Boss. Seit wann heuert Lord Hagen Söldne an? Sprich, was willst du hier? Ich komme von Garond. Er muss wissen, wie viel Erz zum Transport bereitsteht. Sagt Garond, dass ich die Schürfstelle verlassen musste, weil die Orkangriffe zu heftig wurden. Ich habe versucht, mit ein paar Leuten die Burg zu erreichen. Doch ich bin der einzige Überlebende. Das Erz habe ich sichergestellt. Es sind vier Kisten. Nett! Vier, zwei, vier und er braucht 400. Sagt ihm, dass ich das Erz mit meinem Leben schützen werde. Doch weiß ich nicht, wie lange es dauern wird, bis mich die Orks hier aufspüren. Eine ganze Weile hier sind keine großen Ernährung. Ich werde es ihm ausrichten. Wie ist die Lage? Ich harre aus und ich hoffe, Garond schickt mir bald die Unterstützung. Tja, sollte ihm vielleicht das wieder persönlich nehmen, wenn ich mir jetzt... Oh, edles Bastardschwert. Man darf ja hoffen. Einhandwaffe. Ich habe das edle Langschwert. Stärke 35. Ich bin wahrscheinlich nicht stark genug, wa? Fünf Stärkepunkte zu wenig. Ich muss irgendwo Stärke trainieren. So. Links oder rechts? Links. Rechts. Easy. Sehr einfach. Aber das fand ich jetzt schon seit langem mal wieder ein sehr positiver Teil, dass ich ein Schwert gefunden habe, was besser ist, als das, was ich bisher bei mir trage. Jetzt bin ich motiviert, jemanden zu finden, der mir... schneit es jetzt hier überall. Jetzt bin ich sehr motiviert, jemanden zu finden, der mir da helfen kann bei diesem Problem. Aber ich hoffe, dass es hier irgendjemanden gibt. Ich habe eigentlich keinen Bock, das Tal wieder zu verlassen. Das muss ja auch nicht sein. Dunkelpilz, komm. Ich dachte schon, der will jetzt nicht mehr. nachdem ich ihn so fleißig entdeckt habe. So, wie komme ich jetzt wieder da rein? Erstmal den mühsamen Walk of Shame antreten und ohne einen Gegner zu töten hier lang hechten. Ich nehme euch ja einen Hund weg. Da ist nichts zu wollen. Edgy Batch! Wo ist Wuffy? Gibt es hier noch irgendwas Cooles? Zweite Erfahrungspunkte sind nicht uncool. So ist es nicht. Ich will nicht undankbar erscheinen. Nichts zu plündern. Aber irgendwas anderes wäre schon ganz nett. Snapper Kraut. Hm! In diesen schweren Zeiten muss man alles nehmen, was man kriegen kann. Und wenn man Bock hat, auch noch ein paar Dunkelpilze. Und die wollen sich nicht so wirklich pflücken lassen. Machen es mir sehr schwer. Ich würde mich ja gerne mit dem einen Ork da anlegen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der da... Mal gucken, hoffentlich kommt nur einer. Gut, hat sich sein Schicksal selbst ausgesucht. Das ist zwar an sich ganz nett, finde ich, dass ein Ork 250 Erfahrung bringt. Oh Gottes Willen. Aber wenn man es runterrechnet, ist es nicht so viel. Ich meine, wenn ich dann da... Jetzt verzettle ich mich gerade. Fünf... Vier Wölfe umlege. Vier? Naja, vier ungefähr. Dann komme ich fast aus Gleiche raus und es ist deutlich einfacher. Also manchmal ist es auch ganz in Ordnung, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, will ich sagen. Aber es bringt trotzdem Erfahrung. Es geht natürlich kompakter und fühlt sich besser an, wenn man so einen Ork erlegt. Ohne Frage. Noch besser, wenn man dabei keine Schwierigkeiten hat. In diesem Fall ist der Ork dem Wolf vorzuziehen. Aufgrund der höheren Nährwerte für Erfahrung und Level. Ach Gott, ich dachte, ich kann vielleicht mal kurz in die Höhle schnuppern. Ich vergesse nämlich 100% wieder, dass es die gibt. Autsch. Das Gute ist, dass die immer noch alle stehen bleiben. Nein, hört auf. Warum? Wie habt ihr das gemacht? Kacke, wo habe ich denn gespeichert? Ich nach dem Ork gespeichert, bitte. Nein, meinetwas. Tja, wie laufe ich da jetzt lang? Am besten durch den Graben und dann hoffen, dass alles gut geht. Das war ein ganz schön gefährlicher Sprung. Ich glaube, ich habe sogar Lebenspunkte dabei verloren. Bin mir aber nicht sicher. Warum seid ihr denn so schnell? Beim letzten Mal bin ich da auch super easy durchgerannt. Es ist und bleibt ein Rätsel. Pass ich da durch, durch das Loch? Klar. Ah, die großen Orks. Den lege ich mich lieber nicht an. Kurzen Speichern und dann Feigling mäßig. Ups, da habe ich doch noch eine Klinge gehört, die gezogen wurde. Ach, der hat auch immer noch Bock auf mich. Gut, wenn es so weiter geht, ne? Ach, das trifft zwar alles, aber macht ihm teilweise nicht mal Schaden. Das ist ja so lächerlich. Zins der Heilung. Das war aber schon was Teures. Das Trakt der Heilung. Wo sind denn die Heiltränke hin? Die nicht sowas auch mal? Zins der Heilung nehmt es eigentlich 50. Ach, ich verwechsel es mit der Heilpflanze. Warte mal, warum heile ich mich überhaupt noch? Ähm, ja gut, schauen wir mal, ob das was wird. Gegen den hier. Ups, das war echt eindeutig. Ab ins Bett. Es ist natürlich immer ärgerlich, dass ich mich dann heile. Dann feststelle, ach nee, weißt du, eigentlich ist doch hier direkt das Bett um die Ecke, war jetzt nicht so sinnvoll. Also die Essenz der Heilung hätte ich mir sparen können. Hinterher ist man immer schlauer, klar. Beenden wir erstmal die Quests, sammeln ein bisschen Erfahrung. Ja, ich, ich mache hier die Arbeit. Du guckst nur zu. Wofür ich sehr dankbar bin. Das war gerade Awkward Silence. Wie war es? Genauso schön wie für mich. Ganz nicht so geil. Deswegen heißt es ja auch Awkward Silence. Unangenehm! Passivall, Mensch, ruhig Jungs, ich bin's. Ich habe Marcos getroffen. Und? Was hat er zu berichten? Wie viel Erz stellt er uns zur Verfügung? Ah, I hate to bring the bad news, aber... ...die Schürfstelle verlassen, um das Erz in Sicherheit zu bringen. Jetzt bewacht er die Kisten in einem kleinen Tal hinter den Reihen der Orks. Allerdings verlangt er nach Unterstützung. Was? Nur vier Kisten? Und er hat seine Schürfstelle verlassen? Verdammt, das ist nicht gut. Und jetzt verlangt er auch noch mehr Männer? Na schön, ich werde ihm zwei Leute schicken. Zwei Leute, was ist da draußen eigentlich los? Ist Belia selbst gekommen, um uns zu vernichten? Meine Männer sind fast alle tot und mit dem bisschen Erz können wir nicht mal einen Org aufhalten, geschweige denn eine Armee! Diese Expedition ist zum Scheitern verurteilt. Was ist mit dem Schreiben für Lord Hagen? Wir haben insgesamt zehn Kisten Erz und mehr als doppelt so viele Verluste an guten Männern. Du wirst dein Schreiben bekommen. Lord Hagen muss davon erfahren. Dieses Tal ist verflucht. Das Böse ist hier. Hab ich ja von Anfang an gesagt. Was hast du jetzt vor? Ich habe alles versucht. Oh, oh, oh! Wenn ich zu Lord Hagen gehe, dann kann ich ja eh das Tal verlassen und meine Stärke erhöhen. weiterhin ausharren und zu Inos beten, auf dass er uns in diesen dunklen Stunden nicht mutlos werden lässt. Ja, ja, komm. Bla, bla. Macht's gut, ihr Fixer! Ich habe nicht Wichser gesagt, ich sagte Fixer. Weil sie hier sind, um Sachen zu reparieren. Das war durchaus als Kompliment gemeint. Ich tue mich sehr schwer damit, dass mir Beleidigungen über die Lippen gehen. Das klingt zwar manchmal so, aber meistens steckt da mehr dahinter, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. So, nochmal kurz schlafen. So, ja, schließlich Tag 41 kommen. Vor allem habe ich Angst, wenn es jetzt dunkel wird und ich dann über den Pasmus, dass mir der Arsch aufgerissen wird. Dann piercen sie mir ein neues Loch ins Rektrum. Rektrum, Rektrum. Rektrum herum. Get Rekt. Ist das, was damit zu tun hat? Vermute ich nicht. Ich glaube, man schreibt es im Englischen ja auch mit K. Bestimmt von Wrecket. Wrecket, Ralf. So, ich muss bestimmt wieder um die ganze Kacke einmal rum. Vergessen, wo der Ausgang ist. Wer stimmt einmal rum? Wenn da das Tor ist, das große. Huppa. Lauf ich links rum, lauf ich rechts rum? Gucken wir nochmal kurz auf die Karte. Links rum sollte schneller gehen. Bin ich schon mal links rum gelaufen? Ich kann mich nicht dran erinnern. Es ist Zeit für was Neues. Was ist denn das? Zwei Orks? Ja, der eine kackt da, wa? Der andere hält Ausschau. Ist natürlich lecker. Ihr habt euch da ja was Feines ausgedacht, ihr beiden Schmutzfinken. Der dritte steht einfach nur anteilnahmenslos daneben und tut so, als wenn er nichts sieht. Ein sauber durchgefahrter Plan. Orks 11. Nope. Nope, 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 nope. Fliege. Ja, fliege. Gut. Fliege tot. Was hat er denn da mit diesem Licht? Huch, da. So, da ist die Sandbank. Von der Sandbank aus. Ich könnte jetzt rüberschwimmen, aber das ist nicht so cool. Ich will nochmal gucken, ob ich hier, naja, zum Beispiel einen Wolf finde. Einen einzelnen Ork. Das läuft ja, als wenn ich Geburtstag hätte. Was im Verlauf dieser Sendung inzwischen einmal passiert ist, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Ist das schon, ist das schon ein Jahr rum? Gott, wäre das peinlich. In einem Jahr nicht durchgespielt. Naja, das ist manchmal, wie es ist. Och, wirklich. Jetzt tun wir das gleiche mit euch. Mano, a Mano, seid ihr zu feige. Gibt einen Ausdruck für diese Art von Verhältnissen in einem Zweikampf. Der natürlich dann kein Zweikampf mehr ist. Aber ich verzichte mal darauf, das jetzt zu sagen. Ich will nur sein, dass es einen Begriff dafür gibt, den ich nicht ganz in Ordnung finde. Ich habe viele Probleme damit. Sehr viele. Sehr viele. Ah, das war Folge 2 unangenehme Stille heute. Vielleicht sollte ich in der nächsten Folge komplett unangenehme Stille machen. Am Anfang kurz was reden und natürlich mir davon anlassen, dass man auch weiß, ich rede und atme. Bin da. Aber habe mich bewusst dagegen entschieden, irgendwas zu erzählen. Das klingt wirklich nach einem, wenn ich das so drüber nachdenke, nach einem Konzept, das Zukunft hat. Ich kann mir das gut vorstellen. Schon in 5 Jahren die Let's Plays gehen wieder dahin zurück, dass man sagt, nee, ich möchte einfach mal, dass beim Zocken die Fresse gehalten wird. Keiner was erzählt. Und einfach das Spiel läuft. Richtig schön Retro-Let's Plays. Nur das Spiel gucken, nicht selbst spielen. Das sind dann die nächste Stufe. Die absoluten, die oberen Retro-Let's Plays sind dann die Spieler, die man selbst spielt. Das ist, mir explodiert fast der Kopf, so verrückt ist das. Aber ich glaube, das wird wieder kommen. Okay. Ich gehe jetzt wieder an den Orcs vorbei, da ist das jetzt hier schon der geheime Pass, den keiner kennt. Ganz schön steil auf jeden Fall. Fast ein bisschen wie in Skyrim. Oh, ein Berg. Hinter diesem Berg liegt dein Ziel. Ich versuche, über den Berg zu laufen. Nicht drumherum, drüber. Skyrim hätte ich auch Bock. Kann ich auch mal wieder spielen. Aber man muss Prioritäten setzen. Ich muss hier auch langsamer fertig werden. Das quält mich langsam. Bitte komm allein, bitte komm allein. Ich muss ruhig sein, weil das so spannend und knapp war. Das hätte funktionieren können. Aber ich bringe es doch nichts, wenn ich die mit Bogen anschieße, oder? Wenn ich sie in die Engel locke, würde das funktionieren? Was? Oh, ich bin so bescheuert. Warum habe ich da nicht nochmal gespeichert zwischendurch? Ach, scheiße. Das ärgert mich jetzt natürlich richtig doll. Da ist nichts zu holen. Das ist nur zu schwach, was zu holen. Sollt es aus. Ach, wie ärgerlich. Wie unglaublich ärgerlich. Und es ist nicht mal so, dass da irgendwie ein einzelner Gegner ist, dass ich sage, gut, jetzt mache ich in dieser neuen Runde Iteration meines Lebens was anders. Ne. Ich muss genau das gleiche nochmal machen, weil ich einfach zu blöd war, zu speichern. Ach, Mann. Ich bin übrigens durchaus bereit, da mir bewusst ist, dass es zwei bis drei Leute gibt, die mir tatsächlich zugucken, Autogramme zu verteilen. virtuell versteht sich. Als YouTube-Kommentar. Wir können die eventuellen, denn eventuell können wir die genauen Bedingungen und Formalitäten noch aushandeln, aber grundlegend bin ich dazu bereit. Ich bin bereit, auf Kommentare zu antworten. Persönlich. Ich weiß, das ist heutzutage nicht mehr üblich, dass man das macht. Aber ich traue mir das persönlich zu, dass ich es schaffe, mit diesem Ansturm klar zu kommen. Das ist ein ganz schön gefährlicher Abhang hier und der Zaun wirkt auch nicht so vertrauenserweckend, dass ich sagen würde, okay, hier lehne ich mich mal rüber und mache ein schönes Foto. Würde ich drauf verzichten. Komme ich denn da weiter, wo die beiden Orks sind? Muss ich woanders lang? Ist hier lang? Äh, aber hier habe ich diesen Runenstein gefunden, glaube ich, für Licht. Hm. Richtig, speichern. Was weiß ich denn? Ich habe völlig die Zeit vergessen. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Okay, das bringt mir jetzt leider nichts. Jetzt weiß ich zwar, wie spät es ist, aber... Ah, bin ich hier lang gekommen? Hm. Jetzt weiß ich zwar, wie spät es ist, aber ich habe auch noch keine Ahnung, wann ich angefangen habe. Deswegen habe ich da nicht wirklich was gewonnen. bin ich hier oben lang gekrabbelt? Ja, das sieht so aus, wa? an den beiden Schmucks vorbei. Dann, wo bin ich jetzt lang? Ist nicht hoch, oder? Nein. Runter sieht gefährlich aus. Oh, easy. Das ist ja ein absoluter crazy Weg. Ach, hier kommt man noch im ersten Teil an. Kacke, dann bin ich doch falsch. Verdammt, aber ich bin doch... Hier musste man doch lang. Wo ist denn der verfluchte Ausgang? Aber bitte, sag nicht, ich bin komplett falsch. Ne, hier geht es bestimmt irgendwo lang. Ups. So schnell laufen? Oh, was? Und das hat sich jetzt nicht viel besser für mich entwickeln können, ne? Ich würde mich erst aufregen. in diesem Spiel ist es durchaus von Vorteil, von unten zu kommen. Ich finde interessant, dass die Waffen noch so eine gewisse Physik haben und hier wirklich den Abhang runterrollen. So, wo heile ich mich denn? Heilwurzel? Heilkraut, davon habe ich so viel. So. Hier sind sie zum Glück nicht lang gerannt. Ein Trank. Da unten ist nicht mehr so viel. Es wäre interessant, kann ich die anderen Orks auch dazu bringen, sich ähnlich mit mir anzulegen? Viel wichtiger ist ja, wo komme ich hier lang? Das sind gleich drei. Geht's da raus? Doch, da. Ist das eine Leiter? Da hinten geht's auf jeden Fall durch, das sehe ich von hier. Aber wie? Wie mache ich das? Einfach mal mutig sein Entlangrennen, würde ich sagen, oder? Don't catch me now. Ach, hier geht's hoch. Das ist ja einfach. Das ist ja einfach. Und ich habe schon überlegt, wie man da wohl lang kommt. Auch ein Ork. niemals mit mir rücken zu den dreien. Er hat sich selbst ausgesucht, wo er kämpfen möchte. ist jetzt nicht so, dass ich ihm irgendwie gesagt hätte, bitte bleibt da stecken. Wo sind die anderen drei hin? Das fällt mir. Ah. Besteckt. Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Das reicht из Alpha. Du hast한번 Bam, das gibt es noch nichtmerz, wie man da sieht. Dinosaur. Ding. 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 Ja. Cool. Zum Glück überhaupt nicht Cheechy vom Gefühl. Aber gut. Ich habe meinen Stolz und meine Ehre schon vor langer Zeit aufgegeben. Ich habe beschlossen, habe dieses Spiel zu spielen, um genau zu sein. Ich kann den jetzt auch noch machen, wenn er jetzt hier schon in der Ecke hängt. Tja, und wo ist der Letzte? Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Gibt es hier mit einem Geheimpfad? Ist vermutlich ertrunken. Was soll's? Jeder, wie er möchte, ne? Jeder, wie er... Jeder nach seiner Fasson, wie ich Zusagen pflege. Das ist ein Limited Authentic-Spruch, der nur von mir kommt und definitiv nicht vorher benutzt wurde. Limitiert heißt übrigens nicht zu oft benutzen. Der nutzt sich ab. Bin ich denn das letzte Mal durchgekommen? Muss ja straight an den vorbeigerannt sein. War ich nicht. Das hätte ich mir gemerkt. Vor allem nicht so stehen lassen. Dann sind da bestimmt jetzt hier die ganzen Orks, wo ich dann durch sprinten muss. Zeit fürs Speichern. Jupp, da lädt schon mal wieder die alte Map. Ein gutes Zeichen heute, denn ich möchte ja dahin. Kapitel 3. Uuuh! Kapitel 3 erreicht! Großartig! Yay! Wirklich? Das wird da bestimmt richtig gut klappen. Richtig gut wird das klappen. Was mache ich denn jetzt? Geht es dann irgendwo anders lang? Da komme ich ja offensichtlich nicht durch. Oder sollte ich es nochmal probieren? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es viel besser laufen wird als eben. Um was übersehen? Laden wir nochmal. Jetzt kann ich da natürlich nicht speichern, fällt mir gerade ein. Das heißt, ich werde jedes Mal diesen bekloppten Ladescreen noch haben. Mh... Kapitel 3... Kapitel 3... Oh, seid aber nicht alle so schnell. Das ist machbar. Ich kann es schaffen. Sollte... Musste ich da zurück? Hätte es noch einen anderen Weg gegeben? All diese Fragen werden wir niemals klären. Niemals. Denn jetzt geht es zurück zu unseren Trainerschöns. Folgt man mir noch? Nein, man hat aufgegeben. Dann kann ich jetzt beruhigt speichern. Und der lässt trotzdem einen Fadenbeigeschmack, einfach so mit dem eingezogenen Schwanz da durchrennen zu müssen. Aber was will man machen, ne? Was will man machen? Ich kann auf jeden Fall jetzt verstehen, warum diese Frage kam. Ups, wer steht denn da? Der Meister will deinen Kopf. Niemand wird dich jetzt so retten können. Ups. Boah, das war ganz schön... Das war knapp. Und auch ein bisschen gruselig, damit. Ich dachte, das ist irgendjemand, der mir was Gutes will. Was ficht er sich an, mir einfach so einen Feuerball in die Schnauze zu hauen? Das muss wesentlich die Grundheilung wiederhergestellt werden. Damit ich hier nicht... mich schämen muss, wenn mir wieder irgendjemand... Jetzt ist aber wirklich mal Zeit, wieder richtig zu speichern. Das geht mir schon viel zu lange und viel zu unsicher so. Ups. Hier ist wohl ordentlich was passiert, als ich weg war. Das tut mir echt leid für euch, Jungs. Ne, ohne Mist, das macht mich gerade ein bisschen traurig, dass sie Storm sind. Oh, das natürlich nicht. Was haben wir da? Teleport zum Pass in Corines. Das ist schon... Oh Gott, ich habe einen Teleportstein gehabt, oder? Angst. Teleport zur Burg. Kacke. Und ich bin immer gelaufen. Das ist gerade sehr ärgerlich. Ja, das habe ich gemerkt. Das glaube ich allerdings auch. Hier ist die Hölle ausgebrochen, seit du weg warst. Sprich mit Xardas. Er wartet bereits auf dich. Er gab mir diese Rune für dich mit. Damit kommst du schneller zu. Oh, schön. Das ist schön. Das macht mich sehr froh gerade, dass ich den Weg nicht laufen muss. Den hier nehme ich noch mit. Noch mehr suchen, ne? Kacke. Irgendwie auch ein bisschen cool, dass die jetzt rumlaufen. So weit war ich... War ich schon mal so weit? Wie gesagt, ich habe das ja schon mal gespielt, aber das ist erst mal 100 Jahre her. Ich habe vergessen, wann das Spiel rauskam, aber in dem Zeitraum war es auf jeden Fall. Teleport zu Xardas. Geil. Ja, das ist eben schon ewig her und dann auch mit Cheats. Ja, ich weiß, irgendwie ein bisschen doof und peinlich, aber damals war das noch so, ich dachte, ja, mit Cheats muss das sein, weil ansonsten, das war einfach schwer und das hat auch viel mehr Spaß gemacht. Ich kann das also durchaus nachvollziehen, wenn jemand von mir aus in GTA dann nur die Cheats benutzt. Das macht ja teilweise auch Spaß. Du kannst verrückte Sachen machen, dann andere Körper schlüpfen in Gothic. Ich habe dann mit dem Unbesiegbarkeits-Cheat gegen die Drachen gekämpft. Ich weiß nicht mehr, ob ich die besiegt habe, also ich kann mich einfach nicht daran erinnern. Ich habe auf jeden Fall einen umgekloppt. 180 Erwahrungen gab es jetzt hier schon. Natürlich geil. Das motiviert mich ja fast, den Weg jetzt doch zu laufen. Um mal zu gucken, wie sich hier so alles verändert hat. Was ist denn hier los? Ach, das sind die beiden Typen hier get... Toten. Ah, ja, jedenfalls kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich kann mich auch nicht ans Ende erinnern. Das ist schon blöd. Ich habe mal gehört, dass die Mobs jetzt... Also alle alten Mobs sind glaube ich weg und die anderen neu gespawnt. Wie war denn das? Also was ich bis jetzt quasi nicht gekillt habe, ist jetzt auch futsch. Das Erfahrung, die ich nicht mehr rausholen kann. Ich kann also nicht den maximalen Level aus diesem Spiel rausholen, weil ich nicht alles gekillt habe. Aber ich habe ja schon im ersten Kapitel nicht alles aus dem Weg geräumt. Was sagt meine Erfahrung? Die Erfahrung hat gesagt, dass ich ihn will. Ah, okay. Der Meister will deinen Kopf. Neberund wird dich jetzt zahlen können. Oh, ich muss mich bellen. Da kommt ein nächster. Oh, kommt jetzt immer wieder die gleiche Animation? Geh auf. Solange du auch kannst. Es gibt kein Entkommen für dich. Jetzt stecke ich hier fest, oder was? Oh, nee. Komm, wirklich? Weil ich ihn angegriffen habe, oder warum? Das zähle ich jetzt aber nicht als tot, ja? Das war einen eindeutigen Bug. Das geht nicht auf meine Kappe. Mache ich das jetzt? Mache ich das jetzt weiter so? Und hole mir die alle? Boah, hier sind die noch nicht tot. Wieder ärgere ich mich. Warum habe ich nicht gespeichert? Warum? Wollte eigentlich nur wissen, wie viele Lebenspunkte ich habe. Ich habe mein Interface ausgeblendet. Ich sehe mein Interface nicht mehr. Kacke. Kann ich jetzt auch nicht speichern? Jetzt bin ich natürlich nicht so motiviert, weiter zu spielen, weil wenn jetzt hier alles wieder lost ist, speichern funktioniert nicht mehr richtig. Escape kann ich nicht aufdrücken, äh, aufrufen. Gut, deswegen warne etwas länger heute, glaube ich. Mache ich hier Schluss für heute. Und beim nächsten Mal werden die Suchenden geplättet. Ich gehe zu Xardas und er darf mir erklären, was für Scheiße hier los ist. Bis denn! Und dann ich ein